Und willkommen zurück zu BePlay Oldschool Max Holz hier am Start. Ihr seid bei GTA 5, Let's Play GTA 5 und ihr seid in, glaube ich, Folge 12 sind wir. Und wunderschöner Ausblick, ne? Und, ähm, richtig. Wir müssen auf den Wasserturm mit Trevor. Und dafür haben wir uns nämlich auch das Scharfschützengewehr besorgt. Schön, mit Scope und mit Schalldämpfer. Und wir müssen hier, glaube ich, einen Waffendeal beobachten. Beziehungsweise ein paar Lost Biker auf dem Flugfeld ausschalten. Und dann wahrscheinlich uns die Waffen schnappen. Ja, in der letzten Mission, in der letzten Folge, hatten wir uns ja schon mit so ein paar Lost Bikern angelegt und unsere Math-Küche erfolgreich verteidigt. Und ich habe wieder festgestellt, dass die Missionen mit Trevor einfach super sind. und der ein super Charakter ist und dir das einfach eine geile Gegend ist. Ja, mir gefällt es einfach. Was ist das jetzt? Tag-Nacht-Wechsel? Aha. Boah, hier noch Night Vision Gobbles oder sowas. Okay, Ron spielt hier sowas wie die Lock-Formel. Ja, kann ich. Ja, kann ich. Lass mal versuchen, Ron. Ich hoffe, ich kriege das hin. Hm, auf dem Kontrollturm steht, hier oben? Ach, da unten, alles klar. Ah, ist ja okay, Ron. Können wir da. Bam! Werder. Ja. Wart, wart. Die hier. Gut. Gut. Okay. Durch die Scheibe? Scheiße. Alter. Shit. Man. Ja, Ron ist tot, logisch. Ja, sorry, ich habe ihn nicht gesehen, den, den Typen im Van. Gut, nochmal das Ganze, Ron. Die ATV kann dich nur so weit entfernen. Park es und nicht, dass du dich spotten kannst. Können Sie mich sehen, Trevor? Ja, ja, ja. Über die Straße. Du wirst das nicht glauben, Ron. Einer dieser Hörer hat eine Seizur oder was. Das ist ich! Das ist ich! Nicht schreien! Alles wieder in Ausgangsposition und, äh... Well, wir werden jetzt wieder hier verstecken. Und ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. they got our guard at the bottom of those steps. Under the control tower! Done. Good kill, Trevor! Hurry it up, Ronnie! Alles klar, gut. Bis er anhält und rauskommt. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar, gut. Ich dachte, bevor er aussteigt, soll ich in der Schießen? Nee, falsch verstanden, Leute. Jetzt versuchen wir es richtig. Ja, ist ja okay. Ich glaube, er hat nur den tot Mann kenne. Du kannst ihn jetzt erraten. Er ist raus. Du kannst ihn runterladen. Wenn der Mann seine Respekt will, will ich nicht, dass ich das kurz kümmern. Hatschert. Was ist denn? Ja, ja. Happen. Jetzt aber. Okay. Okay. Längst erledigt, Tron. Oh, yeah. Hey, wo bist du? Da. Was ist denn für ein... Ach, da. Alles klar. Okay. Schlafen, Buddy. Wo denn? Da. Auch schlafen. Schlaf. Lost MC. Schlaf. Ich versuch's. Ich versuch's. Ist ja okay. Ja, ja, ich versuch's. Oh. Da. Fuck. Ich versuch's. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know, we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? Scheiße. They might. Fuck you. Check. They know we're here. Heck. Oh, Leute. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss mich erst mal umgewöhnen. Von Auto-Aim zu... Naja, Halb-Auto-Aim zu... Free-Aim. Okay, Leute. Ich hab mal einen Cut gemacht. Ich versuch's, den Hubschrauber auszuschalten. Ja. Down. Bastard. Okay. Hilf, Ronin' Flugball zu sichern. Ja, 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 okay. Sorry. Ich bin in Sicherheit. Ich brauch meine Schottie. Die ist ganz geil. Treppen. Scheiße. Ich bin in Sicherheit. Okay, Deckung. Nächste Kiste. Explosive Fässer. Ey, was willst du denn? Scheiße, ich hab's gar nicht gesehen. So. Leute, ich glaub, wir müssen mit der Cube nach Tunde da abhauen. Bisschen Moon einsacken. Gut, gut. Ich brauch noch was von dir, Buddy. Okay, und ab. Jap, 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 jap. Sitzt du schon drin, Ron? Sehr schön. Alles klar, die sind aus dem Trailer, aus dem Trevor-Trailer. Auf dem Flügel vom Flugzeug. Down. Da. Auf dem Bike. Nix da. Noch einer. Jawohl. Sehr schön. Noch wer? Habe ich unendlich Moody oder muss ich nachladen? Ich weiß grad nicht. Scheiße. Das überlebt. Ja, ist ja okay. Ron, mach hin. Down. Noch eine Cube. Wow. Was zum... Alter, der rennt zurück? Nee. Ach so, Quatsch, klar. Der schnappt sich die andere. Was zum Teufel? Den würd's hier runterhauen, aber sowas von. Schnell abheben. Fuck off hier. Ja, ja, ist ja okay. Nein. Nein. Man. Ja, Trevor ist tot. Scheiße, warum hab ich auf Ron gehört? Ey, der sagt, ich soll eine Rolle machen hier. Ich hoffe, es hat gespeichert an der Stelle. Sehr schön. Ja, den Lost MC Biker haben wir verloren. Nee, doch nicht. Ach, der hängt noch dran. Ja, so, jetzt wird Zeit für eine Rolle. Die Gmbl im Ellemussee. So. Du bist down. Sehr schön. So, äh, wer könnte der Spire sein? Es gibt nur zwei Plätze, wo diese Art von Hardware gehen wird. Das erste Mal, dass ich in ein Flugzeug fliege und dann gleich eine Q und 800. Zwei Motorräger. Lass mal durch die, unter der Brücke durchfliegen. Ich bock drauf gerade. Uh. Nice. 1,5, ja, das ist ein Schiefmann. Ja, okay. Ich sollte mir das Seitenruder benutzen. So, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz schauen, wo ich hier bin auf der Map, weil ich wollte die eigentlich, die Brücken...